Meghan Markle kümmert sich nicht mehr darum, was die Leute denken und hat große Pläne für die Zukunft, sagt eine Quelle. Meghan Markle plant ein großes Comeback und ihr jüngster Auftritt ist der Beweis dafür, behauptet eine Quelle. Die Herzogin von Sussex sorgte für Aufsehen, als sie letztes Wochenende in einem leuchtend roten Kleid zu einer Gala in einem Kinderkrankenhaus in L.A. auftrat. Meghans auffälliger Auftritt war ein Kontrast zu ihrer Kleidung, als sie noch ein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie war, bevor sie und Prinz Harry 2020 in die USA zogen. Nun behauptete eine Quelle, ihr gewagtes Aussehen sei Teil des großen Comebacks der Herzogin, da sie Hollywood erneut erobern will und sich nicht darum schert, was die Leute denken. Sie sagten okay. Magazin, bevor sie Harry traf, trug sie auf dem roten Teppich immer so auffällige Outfits und liebte die Aufmerksamkeit, die sie damit auf sich zog. Sie hat selbst zugegeben, dass sie, als sie zur Reuel gehörte, ihre Garderobe wirklich abschwächen und konservativere Entscheidungen treffen musste, und behauptete, dass sie nicht viel Farbe tragen durfte. Sie fügten hinzu, seit ihrem Ausscheiden ist sie langsam mutiger geworden, was ihre Entscheidungen angeht, und dieser Auftritt hat bewiesen, dass sie endlich frei von ihrer königlichen Ära ist und nicht mehr mit diesem Teil ihres Lebens in Verbindung gebracht werden möchte. Sowohl sie als auch Harry verfolgen ihre eigenen Karriereziele, und Meghan hat beschlossen, dass sie der Star der Show sein wird, wenn sie Solo-Events macht. Sie hat viele spannende Projekte vor sich, darunter den Start ihrer neuen Netflix-Kochshow, und das ist erst der Anfang ihres lustigen und sexy neuen Looks. Sie behaupteten, Meghans Zeit in der königlichen Familie habe sie traurig und ängstlich gemacht, sie habe sogar das Gefühl, einen Teil von sich selbst verloren zu haben, aber jetzt alles zurückzubekommen. Sie erklärten, es ist ihr egal, was die Leute denken. Sie hat sich so lange Gedanken darüber gemacht, ob sie das richtige Outfit trägt und ob es angemessen ist, und jetzt will sie einfach sie selbst sein. Meghan hat nicht einmal vor, wieder ein Mitglied der königlichen Familie zu sein, und dieses Kleid zeigt, dass sie sich von ihnen und allem, was sie einmal war, distanziert.